Hm. 4.000 Fähigkeiten. Brauchen wir gar nicht. Ich weiß. Stellen Sie die Untersuchung zum unterirdischen Labor an. Okay. Das wird immer creepier. Was ist das also? Das... Oh mein Gott. Das wollte ich dir zeigen. Das fällt mir überhaupt nicht. Das sind also wie 10. Null. Warte mal. Checken wir mal. Erst. Wow! Was ist? Na ich hab hier nur reingeguckt. Und dann hat mich so... Na ja, schau es dir selbst an. Warte, ich bin gleich bei dir. Okay, das macht Sinn. Was war bei dir? Irgend so ne... Fähigkeitspunkte bei mir. Was ist denn da? Umsehen. Aha, das ist ein Zombie. Naja, der war vorhin aber nicht da. Hat mich überrascht. Okay. Gut, ich denke du kannst mit der... Mit dem Ding da vor dir... Oder wo bist du gerade? Warte, du bist da vor mir. Ich untersuch gerade. Okay, hier sind nur Kisten. Ist bei dir? Nix. Oh shit. Was? Ich glaube das müsste ein Shrieker sein. Ja. Sieht genau so aus. Ja, das sieht aus wie ein Shrieker. Ja, der hört sich so an. Ja. Okay, gut. Dann schauen wir mal kurz... Na super, die Tür da vorne ist nicht ganz klar zu sehen. Weil... Da vorne ist ne Maschine, mit der kann ich die Zellen öffnen. Die einzelnen Türen. Genau, aber jetzt muss ich halt aufpassen, dass ich nicht fausches öffne. Ja, dann öffne mal... Erstmal das mit dem normalen Zombie. Das ist 012. Ja, das wegert hier. Aber... Ich kann an sich versuchen, nur die richtige zu öffnen. Aber das weiß ich ja nicht. Ja, aber in einem anderen Zeugs ist doch... Ach so, weil hier nur... Ah, ich seh es... Was verschwommen ist. Da ist nur eine 2 vorne, also... Ja, ja... Ich würd trotzdem alles erkunden. Ich mein, vielleicht sind da... Moment mal... Wieso kann ich... Eins... Ah, ich muss sie wohl da öffnen. Ist ja nur einer. Ja. Vielleicht ist da was drin. Komm, geh mit dem Messer auf ihn los. Fack das noch, eigentlich. Ja, ich seh's. Warte. Glad you're here. Nice. Okay, was hab ich denn hier sehen? Man, jetzt wär' untersuchen geil. Mhm. Hallo? Aber ja, das... das sieht aus wie ne Zelle. Ja, das ist... das ist auch ne Zelle. Guck, wenn hier jetzt so Notizen wären, das wär' cool. Mhm. Schau, was hab ich jetzt hier? Okay. Okay, dann öffne mal die mit dem Shrieker. Wenn ich wüsste wie. Ah! Irgendwas, irgendwas. Ah, nee. Ah, nee. Ah, nee. Ich muss nur die richtige Kombination von den drei Zahlen finden. Also... Jetzt 0, 2... Warte, ich mach jetzt mal... Ah nee, von 0 zu 1 sind wir ja gekommen. Äh, ja. Von 0 zu 1 sind wir ja gekommen. Okay, dann mach ich jetzt mal... 2... 0... 1. Das wär' FFFD gegenüber dem Shrieker. Genau. Ja. So. Geh' man auch schon. Ah, dort ist halt Stuff drin. Aha. Ja, genau. Die kann man zerschlagen. Was ist noch? Die Munition. Ja, diese komischen Kisten. Ja, das stimmt. So, so Bürodinge. Genau, ja. Okay, soll ich den Shrieker auch befreien? Ja, klar. Wieso nicht? Also, dann wär das ne... Irgendwas, irgendwas 2. Nee. Naja, nee. 1... 0... 2, da ja 012 schon da ist. Stimmt. Abstand halten, Abstand halten. Das hat mich nicht getroffen. Okay, ist das. Okay, vielleicht kann's blühen. Okay, dann eröffne ich jetzt die letzte Tür. Das müsste dann, ne... 2,1 nochmal sein. Komm in, Sherlock. Ja. Got it. Gut. Ein anderes Puzzle, um zu lösen. Na gut. Toll. Leon. Das ist nicht so... so heftig. Ich höre, ich höre was Atmen. Bestimmt in den Zellen. Okay, schau mal nach, was wo ich... Okay, ich dachte, das war ein Bloodshot. Okay, hier drin sind ein paar Zombies. Und hier ist noch ein Shrieker. Teil, die Tür hierfür ist komplett... Also, ich hab... Die letzte nicht hilft. Okay, wir haben also zwei Räume voller Zombies und einen Shrieker. Mach es wieder der... Sollten wir hinkriegen. You don't say. Na gut. Versuch es mal mit der... 2... 1-0-2 ist er auf jeden Fall. Also, 2... 1... 0. Oh! Oh! Das war die. Okay. Von hier kommen wir. Mach hier mal. 1-0-2. Das ist der Shrieker. Na und? 1-0-2. Ich meine, willst du etwa Gegner auslassen? Natürlich nicht. Vielleicht... Ach, die machen zuerst die Kleinen. Schnauze. Achtung, der schreit nochmal. Warte, warte, warte. So. Ah, krass. Yeah. Von der Wolfis. Mh. Mh. Und tausend Fähigkeitsmache. Yeah. So. Das checke ich irgendwie nicht. Hier sind doppelte Typen. Also gut, dann schau ich mal. Also Livin... Aha. Das ist eine Zelle in der Zelle. Ich... Ich sehe hier 2 irgendwas irgendwas. Aha. Okay, mal gucken. Also ich kann das von hier aus sehen. Rechts ist eine Null. Es kann aber nicht 2-1 sein, also muss es 1-2-0 sein. Also rechts geht's jetzt auf. Aha. Hinter uns. Genau, hinter dir. Okay. Okay, ist ein normaler Zombie. Boah, wie... Guck, guck, guck. Geh ihn dir mal an. Die... Wie ihm einfach so... so ne Niere fehlt. Scheiße. War das okay? Oh. Boah, der kennt nicht wirklich. Er wird zum Bloodshot. Was? Boah, geil, wie du mit dem Messer gesteckst. Ja. Tollte du... Na doch, diesmal hast du getroffen. Ah. Also hattest du recht, das war ein Bloodshot an sich. Wie? Ja, du hast vorhin gesagt, du dachtest es wäre ein Bloodshot. Ja, weil er so rot aussah. Mhm, dann war es ein Bloodshot. Cool, die... Boah, der hat ein Cri... 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 Ja, super. Ja, te warte. Warte! Warte! Da, da, da! Da, da, da! Was ist das? Das ist das? Das ist das? Das ist das? Ich glaube, sie ist... Nein. Woran suchen wir? Dieser Ort. Wie creepy. Na. Verdammt. Vorne liegt jemand. Hoffentlich ist sie noch am Leben. Okay. Hast du was gefunden? Nee. Also warte mal. Was soll der Raum hier? Teber, wenn du hier bist, gib mir ein Zeichen. Wow! Also, wo bist du? Ja. Habe gerade eine Arbeit auf dem Klo gestört. Ja. Warte mich erschrocken. Hier, hier war so ein Ding davor. Habe es aufgetreten. Aha. Und dann habe ich ihn gesehen. Kann ich mich im Spiegel sehen? Oh, das kann ich untersuchen. Äh. Oh, gut. Was? Oh nein. Oh, nicht schlecht. Wie ich meinen Pointer nicht im Spiegel sehen kann. Ja, meinst du. Versuch's zu messen. Versuch's zu kicken. Oder zu... Hat's geklappt? Nee. Ja. Okay, das ist jetzt sauber. Und das da ist? Mhm. Da ist noch ein rotes Grat. Na super. Ich hab's wohl gerade kombiniert. Warte, ich schmeiß mal das Ding weg. Da. Da. So. 50 Stück. Oh, geil. Achtung! Dickstopp! Oh! Okay, hat nichts aufgezockt. Leon! Wir leben noch! Der Herr stirbt! Genau, Leon. Haben Sie ein bisschen Geduld. Na gut. Und ich will wissen, was hier los ist. Ich werde Ihnen alles verraten. Aber bitte schlagen wir mich nicht mehr. Okay. Dann auch, ob du ein bisschen müdisch sind, wenn ich keine Antworten kriege. Oh, nein. Ich werde mal gut. Du wirst. Das ist ein exakt! Oh. itor. Oh! 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 Was ist das denn für laut? Ah, die geht hier nicht auf. Was ist zum? Was ist das alles? Nichts waren hier drei Tage. Ada? Was ist das? 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 Das war heavy. Okay, das war... Das war sehr... Das war ein interessanter Twist. Okay, okay, gut. Fokus. Das heißt, die sind... Das Gleiche? Ich weiß es nicht. Das kann nicht sein. Die Meme macht das hinter uns sorgen, dass es offen ist. Dass es dahinter, das da am Knien ist. Mhm. Ich glaube, das wird sich vielleicht gleich befreuen. Warte, 201. Warte kurz. What the hell? Hm? Ja schon, aber wie bringen wir die Tür dann auf? Vielleicht haben wir dort einen Schlüssel vergessen. Oder sowas. Oder da, oder da. Dort ist eine Apparatur, die das öffnen kann. Ah, hier, hier. Wie viel war es? 102? Äh, nee, nee, 201. 2, 0, 1. Gut gemacht. 2. 0. 1. 2. 2. 2. 3. mehr Fragen auf als Antwort. Ja im Moment schon. Was tust du da? Ich steh in... Sea-Virus vielleicht. Ah weg damit! Komm jetzt wieder serious. Ja ne das war kein Absicht. Also gut komm. Wie gesagt focus. Fuck. Super toll. Zwei so creepy aus 5-1 in Resen. Köter. Köter? Wo? Ah unter uns. Aha. Ja komm lieber jetzt töten. Oh der glitcht. Wieso hab ich das Gefühl dass... Na ja. Dass alles aufstehen wird. Ja hab ich auch. Was ist das denn? Keine Ahnung was sie in diesem Kokon stecken könnte. Was ist das? Oh shit. Achtung hänt ums. Ja die Stationen. Warte. Tänk mich hälye buch. In der nächsten縣 American. Ich höre was. Ja, ich höre. Alter, komm mal, hast du ein Zombie. Lüft im Schech. Ganz schön viele. Die Fahnen sind zu ziemlich. Das hört sich zumindest an. Ja, ja, da kommen noch mehr. Das ist fair. Oh, super. Was ist das denn? Ich glaube, ich bin trapped. Soll ich so trapped? Ja? Oh. Ach, warte, ich beeile mich. Oh, shit. Was? Ich dachte, das wären so Offizier, Zombies oder auch. Aber es sind welche mit Licht. Okay, warte, ich beeile mich. Oh, shit. Oh, shit, oder? Oh, shit. Okay. Okay. Leon, please help. Oh, warte. Ich bürne gerade ein bisschen. Sie bürnt? Oder ich etze. Was? Also, warte. What? Just die. Oh, shit, ich bin gar nicht trapped. Doch, ich bin trapped. Ich bin jetzt, ja. Da. Oh. Moment, das geht ja bei mir, weiße. Ja, ich war doch nicht trapped. Ich konnte da irgendwo runterspringen, aber ich hab's nicht bemerkt. Okay, ich bin auf dem Weg. Entschuldigung. Bin ich hier? Okay, ich bin unter dir jetzt. Bist du unter mir? Mhm. Okay, warte, ich weiß, dass es bei mir weitergeht. Du das hier sehen könntest. Toll, ich, ich brauch dich hier. Ja, ja, ich bin gleich da. Und ich wüsste, wie ich noch zu dir kommen könnte. Da, 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 da. Unter. Ah, ja. Ja. Nein, nicht da. Du bist da... Warte mal. Du bist an mir vorbeigegangen. Komm jetzt. Ah. Ah, hier. Sorry. Kurz Duff einsammeln. Komm. Ah, hier. Okay. Los. Achtung. Ja, lass mich mit den Gegnern. Ich hab dir selber raus. Dammit. Boah, wie die... Mhm. Dammit, ey. Schatz, jetzt musst du auch nicht werfen. Scharf, weißt du. Shit. Ist er bei dir oder bei mir? Bei mir. Ich werde kein... Wo muss ich hin? Wie muss ich dir helfen? Oh, leider. Oh. Oh fuck, es war A? Oh shit, wir sind ja bei mir. Ah, da ist noch eins. Okay, jetzt schnell zu mir. Warte, ich bin gerade... Ich muss gerade kämpfen. Toll, ich hoffe, ich werde dich jetzt Schaden nehmen. Während der Katzen. Oh. Ja, Matt, ich muss mich gerade retten. Oh. Toll. Warte, wo muss ich jetzt lang? Du, wenn ich wüsste. Ich wüsste sofort sagen. Alter, kurz. Komm. Ja, einfach hier lang. Ich komme, ich komme, ich komme. Uff. Okay. Ah, da ist noch. Autsch. Okay, ist all fine now. Okay. Ah, der Fahrstuhl ist jetzt. Nee, immer noch nicht. Doch, komm. Hier. Oh. Ah, hier. Wow, ist eine Menge stealth. Ja, alles von mir. Ey, wie viele aushalten. Okay, wie geht's an der Condition? Drei. Nachdem ich mich öfters geheilt habe. Wie viele aushalten? Neun. Okay. Okay. Warte, Achtung. So. Okay, beeilen wir uns ein bisschen. Ja. Knapp durch die Tür. Oh, er hat Steph ohne. Von wegen Steph ohne. Okay, was ist hier? Great. Oh, man. Ne, was für ein Kerl, kassig. Der hängt nicht so einfach. Wow. Ich bin glücklich, dass du hier bist. Toll, nice. Ich bin glücklich. Ey, meine ich. Ein Verwunderbarer, Leon. Oh, nein. Oh, schrieker. Oh, nein. Ach, du, behinder. Pff. Help me! Go! Das war... Oh! Ja. Also es wurde aus einem, es wurde aus drei Quadraten nichts. Oh, nein. Du musst mir einfach in den Mund gibst. Ja, muss ich hier. Ich bin echt froh, dass du hier bist. Oh, die darf von unten kommen. Leon, hinter dir, hinter dir! Was ist jetzt passiert? Leon! Ich bin hier, ich bin hier. Wir müssen rennen. Okay, dann tun wir das. Oder? Ja, es sind ziemlich viele. Ah, hier. Helena! Hih! Wovend ist das? Nein, die Schockfigur! Das ist mein Name, Jack. Ich bin hier.